Eine unfassbare Tat überschattete das am Samstag stattgefundene Saisonfinale der französischen Fußballliga im korsischen Ajaxio. Fans des AC Ajaxio haben dort einen 8-jährigen Marseille-Fan angegriffen, seinen Kopf gegen ein Geländer gestoßen und sein Trikot verbrannt. Zudem schlugen sie seinen Vater. Weil der kleine Kenzo an einem Hirntumor im Endstadium leidet, sah er gemeinsam mit anderen todkranken Kindern vom Rotary-Club Ajaxio zu einer Ferienwoche nach Korsika eingeladen worden. Inklusive eines Stadionbesuchs beim Spiel gegen Olympique Marseille. Von etwa 10 Männern wurden Vater und Sohn attackiert. Sie haben meinen Sohn und seinen Kopf gegen das Geländer gestoßen. Sie haben meinem Mann ins Gesicht geschlagen, meinem Sohn sein Trikot vom Körper gerissen und es verbrannt. Als wir die Lose verlassen wollten, haben sie sogar in unsere Essen gespuckt, erzählt die schockierte Mutter dem französischen Blatt. Der Verein hat sich inzwischen ebenfalls zu dem Vorfall geäußert und seinen Bedauern zum Ausdruck gebracht. Das Verhalten der Fans sei unentschuldbar und werde verfolgt. Bei Kenzos Familie bat der Verein um Entschuldigung.